Hallo Freunde, Willkommen zurück in Elm Creek. Ich habe gerade noch die letzte Mission abgeschlossen, noch mal wie der Zuckerrüben geworden ist. Ich hätte gedacht, ich mache Kartoffeln, dann habe ich Gläser von Zuckerrüben. Kann passieren. Ich überlege gerade, ich habe Geld, ich habe 163.000 jetzt. Die Mission bringen etwas, wie man sie abschließen kann. Und hier habe ich das Feld 49. 49 ist reif. 49 ist Mais drauf und es ist reif. Ich überlege gerade, ob ich es kaufe und hoffe, ich komme ein bisschen Plus Minus Null raus. Denn ich muss einen Drescher mieten. Und das mache ich jetzt auch. Wenn die 49 ist, kann ich eigentlich zusammenpacken dann als Riesenfeld. Das wäre so. Bringt jetzt meine ganze Planung wieder durcheinander. Egal. Kaufen. Das Leben. Wir können noch nicht planen. Es kommen immer wieder neue Entscheidungen. Also schauen wir, dass wir ganz schnell einen Drescher kriegen. Mieten. 3.000, das sollten wir reinkriegen. 3.800, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit dem sind wir auch ganz gut gefahren. 3.800, 4.800, also wenn wir 5.000 reinkriegen, alles drüber ist Gewinn. Und der NS19 hat mir gezeigt, ich muss mutiger sein, sonst kommen wir nie auf Grundsweich. 4.800, wenn man zu vorsichtig wirtschaftet. Dann dauert es entweder unheimlich lange oder man wird gar nichts. Ich weiß, ich habe auch einiges in den Sand gesetzt im 19. März, bevor ich dann irgendwann auf der Ravensbrücke erfolgreich wurde. Und das steht zur Ravensbrücke. Ich werde hier keinen Sellpoint hinstellen, wie ich es da hatte, weil der hat noch mehr Geld rausgebracht als alle anderen. Ich habe also nur noch auf meinem Gebiet gearbeitet. Bei mir geerntet, auf meinem Gebiet produziert und auf meinem Gebiet verkauft. Der Rest der Karte war eigentlich irgendwann uninteressant. Das lasse ich hier jetzt mal weg und nehme die offiziellen Produktionen und Verkaufsstellen, soweit möglich. Ich weiß nicht, andere Projekte kommen ja auch irgendwann und da kann es sein, dass ich das dann mal da anders handhabe. Bin ich hier schon richtig? Ich kann es da nicht ansetzen. Da ist ein Sound, da ist ein Baum. Was soll das denn? Ich hoffe schon richtig. Das ist mein Feld. Hier war viel zu früh. Das ist meins. War jetzt ein Hof zu früh gelaufen. Ich bin mir falsch abgewogen. Warum, was machst du wieder? Ja, fahren wir durch die Frucht. Wollten wir nicht mehr, haben wir eigentlich... ...wollen wir nicht tun. Ich glaube, ich komme jetzt da durch mit dem Drescher. ...und wir bleiben nicht hängen. Ah, hat funktioniert. Also schön, dass wir mit den Bäumen messen, aber irgendwo sind sie im Weg. So, wird er jetzt richtig? Gut. Dann holen wir uns den Meister jetzt mal runter. Mit Glück haben wir ein paar Tausend Dollar zu uns drauf. Wie gesagt, 5.000 brauchen wir, um den Drescher zu bezahlen. Ansonsten machen wir uns 50.000 für das Land. Ich warte mal darauf, dass da jemand im Uhrzeigersinn macht, wie beim intelligenten Helfer. Aber der Helfer macht das ja nicht. Der geht Linie für Linie. Wir können jetzt aber noch nichts zusammenlegen, weil uns ja das mittlere Feld fehlt. Wenn ich das jetzt kaufe, haben wir kein Geld mehr, oder? Wir kommen lieber Winter. Ich habe ja gesagt, ich mache das mit den Oliven im Januar. Ja, nur was man mit diesem Feld. Könnte ich da irgendwas pflanzen noch, oder sind wir fertig? Pflanzen ist nicht mehr. Gras, auch fast weg. Brauche ich Gras eigentlich noch nicht? Gras brauche ich, wenn ich Kühe habe. Schafe? Oder Schafe? Will ich Schafe? Ich bringe Schafe Geld, ist jetzt die Frage. Und noch habe ich keinen Platz. Ich muss ja erst dieses Schausikarte mal an. Also jetzt die 47, 48, 49 nehme als Hauptfeld. Hauptfeld der. Und bau oben mal langsam um. 45, 46, 44. 44 kommen Schall des Stall hinbauen. 45. Ja, 46 auch einen Stall. Kann man auch Ställe hinbauen. Schafsställe hinbauen. Oder Kuhstall. Schwer. 45 eignen sich eigentlich für Unterstände. Da können wir von beiden Seiten dran. 44 ist versteckt. Da passt auch noch einen Stall hinbauen. Das ist irgendwo. Aber eine Wiese. will ich da hinbauen. Will ich eine Wiese da hinbauen? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt das Hauptfeld dann nehmen und die 44 vor Oliven mache. Für den Anfang, um zu sehen wie es läuft. Kann ich 46 immer noch ein Stall hinbauen. Aber ich habe immer noch kein Gras. Dann mache ich da ein Feld von Gras. Frage, du Fragen. Dann müsst ihr jetzt mit anfangen mit Gras. Damit es schnell fertig wird. Bis dran. Also mache ich die 47 Gras. Das schönste. Gerade ist das Feld Gras hinmachen. Doch. Die 47 wäre jetzt Gras drauf. Schauen wir mal eben. Gras. Da habe ich noch. Gras geht noch. Ich baue jetzt Gras drauf. Da queちゃ好. Das war mal. Dann machen wir jetzt just. Das viel. Da geht es wenn wir jetzt nicht noch. Ja, genau. Obwohl. Bestmann. Weißt du stellen. Das wird sie eher als Grasfeld anbieten. Aber egal, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache jetzt das andere als Grasfeld. Das ist doch Graswind. Ich sehe es nicht. Gras ist das. Hey, das Bild ist jetzt gedacht, wer anfasst. Ok. Wieso hast du die beendet? Warum willst du das nicht? Habe ich doch nichts drauf gesät, das ist doch frei. Wieso willst du jetzt kein Gras mehr sein? Ich darf doch. Kein Feld gefunden, da ist doch ein Feld. Da stehst du drauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber es sät nichts. Warum macht er dann nichts? Warum macht er jetzt kein Gras dahin machen? Kein Feld gefunden. Es ist doch ein Feld. nicht. Keine Ahnung, warum er es nicht macht. Wie das vielleicht irgendjemand mal in die Kommentare schreiben würde, was das hier soll. wie gesagt, es ist nichts drauf. Benötigt Kalk. Sagt die, der muss Kalk da drauf haben erst. Kalk habe ich hier glaube ich noch. Das ist Kalk, oder? Das ist Kalk. Gut. Also heißt, ich muss erstmal zum Händler Kalkstreuer besuchen. Macht er das selbst, wie es kann aber nicht sein, dass der da unbedingt Kalk drauf will, bevor er da überhaupt was macht. Letzt Mal konnte ich keine Hühner kaufen. Ich kann nicht säen. Irgendwie bin ich als Händler ungeeignet, als Landwirt ungeeignet, wenn das so weitergeht. Soll ich mal einen Job suchen. So, wo haben wir denn die Streuer. Düngerstreuer. Der kann auch Kalk. Mieten wir uns mal. Ich müsste wahrscheinlich jetzt auch den Mais abtanken. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den verkaufen soll. Da stand doch dran, ich kann Gras säen im September. Warum hat er das nicht gemacht? Und der Kalk ist nicht falsch, das ist schon klar. Da bin ich wirklich kummer, die falsche Frucht dann hatte. Aber ich meine, das wäre Gras gewesen. Braucht ihr wieder einen Mod, der dran schreibt, was das alles ist? Jetzt ist der alte Mann etwas überfordert. So, Kalk nehmen wir vom Haus mit. Komm, hier machen wir eben einen Auftrag. Mischen. Einen Job erstellen. Freie Fahrt. Du musst, äh. Wir wollen da hin. Losfahren. Gut. Na, du bist da richtig. Wo bist du? Ach, der wartet da. Job erstellen. Freie Fahrt. Du musst, äh. Du musst, äh. Da hin. Job starten. Okay, du fährst. Meis. Wo kann ich den Mais jetzt verkaufen? 15% 15% Fastfood-Restaurant. 3% Fastfood-Restaurant. Also Fastfood-Restaurant. Hau am Mais hin? Ich hoffe, dass dir das lohnt. Ich weiß, den Kalk kann ich nicht vom Helfer machen lassen. Den muss ich jetzt selber machen. Das ist meine erste Stelle im Weg. Also gucken wir erst, dass wir den Drescher abgetankt kriegen. Boah, ich muss mich mit Kalk kümmern. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben mit dem Helfer, mit der Fahrerei, der immer so halbwegs abbiegt oder auch nicht. Wie gesagt, da hat man leider keinen Einblick drauf. Oder kann auch nicht irgendwas verändern, wenn er es falsch macht. Aber es ist nicht gleich da. Aber es ist nicht gleich da. So, hier sind wir zu Hause. Jetzt schauen wir mal, wo er hinfährt. Also, er schafft es wirklich. Er ist abgebrochen, weil ich ihn hier gleich übernehmen kann. Aber er fährt echt zum Feld. Ich hab mir erst gedacht, die hätten nur die Straßen eingepflegt in den Kurs. Fastfood, hab ich gesagt. Gehen wir gleich schon mit dem Feld fertig. So, nicht überhaupt noch Mission zufällig, wo ich die Drescher nutzen kann. Ernten, ernten, ernten. Nein, das sind leider andere Sachen. Viel ist es nicht, aber wenig. Okay, war der letzte klar. Ähm, ich muss erst den Kalk tanken. Und die ist nicht bearbeitet. Hier können wir ihn drüber huschen. Ich hab wieder den Fall. Ich hab wieder keinen Streuteiler genommen. Vergesse ich immer wieder. Ist das auch Kalk? Ist das Saatgut? Ich glaube, das müsste Kalk sein. Das wird eh nicht reichen. Okay, wir werden das Zeichen drunter. auf was das ist. Und nehmen an, dass das Dünger sein könnte. Jetzt sind wir vollkommen wehig stehen. Ich habe es raus gemacht. Ist der Fall schon Knopf gedrückt, oder wie? Aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist weiterhin interessant für euch oder unterhaltsam. Mein Drescher ist fertig. Vielen Dank für die Kommentare und bleibt mir gewogen. Auf jeden Fall bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank.